Ok, von dem Schatz anhand von Hennel jetzt Chaote. Ok, wir sind hier. Könnte vielleicht dieser Ort hier gemeint sein. Ja, hier könnte der Fluss sein. Sieht dem ziemlich ähnlich. Das würde ich behaupten, dass dort ist. Ah, da bist du ja. Ok, langsam. Na also. Wieso langsam? Wir wollen da schnell hin. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh je. Oh, das ist ein Kämpfen. Das ist der scharfe Ruhr. Das macht richtig Spaß. Auch noch ein Feri hier. Das gefällt mir aber gar nicht. Ich bin gleich. Oh, das ist ein Kämpfer. Das ist der Kämpfer, der die nicht getroffen hat. Du Kacke. Du schau. Das stimmt, Alter. Oh, Kacke, ich bin nieder. Ich bin ein bisschen überfordert. So viel, ich bin ein bisschen überfordert. Oh, der hat es überlebt. Ich darf nicht mehr weiter an Feris beschwören. Wenn sie tot war, hat es das geregelt. Das war was. Das war fast ein bisschen anstrengend. Nein, nicht. Wie wäre es mit einem Rundflug? Ein Rundflug, ja, ist klar. Sieht interessant aus. Eine Karte kann immer noch nicht zwischen Vogel und anderen Tieren unterscheiden. Dann nicht töte ich doch schneller als ein Mond. Und Glück, du und diese verflogenen Zentralen. Ihr musstet euch also einmischen. Also, schnapp sein. Mit dem Betrinken muss ich ausgehen. Und jetzt auch nicht. Die Diener, die haben schon... Schlecht sind die hier nicht. Die Karte zu stören. Krieg ich besiegen. Man spricht über deinen Gewinn. Serios! Ah! 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 Oh! 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 Na mass... Oh! Ah! Die Tierwesen sind jetzt sicherer! Das nächste Lade wird da aufgeräumt. Mhm, also gut. Ähnlich Geld mitnehmen. Rebellion. Na dann mal weiter, würde ich sagen. Bis zum nächsten Röderer Versteck. Zeit für einen kleinen Ausflug. Wir müssen nicht alle zwei Minuten halten, wenn wir irgendwo Gegner sind. Alles ist auch in Ordnung. Wir müssen noch gar nicht mehr schnauze. Wir müssen noch ein und noch ein paar. Wir müssen noch ein paar. Wir müssen noch ein paar. Wir müssen noch ein paar. Sieh an, die Retterin der Schnatzen. Du hast doch viel offen. Was hast du getrunken? Wir haben nie vergessen, dass du den Trüber hast. Barbada. Kickel. Kickel. Diese Verdammten. Das will ich dir nicht mal zeigen. Jetzt mal den Tilo. Ich hätte ja irgendwie zwei Leben. Kickel. Das ist ein Zehlech. Hey, Doktor. Kickel. 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 Da war es zwei. Eine weitere Würdere Position aufgewäumt. Ah, da bist du ja. Ich suche auf die Strecke. Hier ist schon wieder welche. Ach komm, ich gehe jetzt weiter. Weiter hier. Jetzt reichen die Gründen. Kein Grund zur Eile, mein Schatz. Wir müssen mal richtig sein. Wir müssen mal richtig sein. Wir müssen mal richtig sein. Glaubst du nicht, dass du hast Arlo nach Azkaban? Wir müssen mal richtig sein. 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 Also, ich ellrschen. Wex nicht zu. Hier ist noch irgendeiner. Och, komm mal. Komm, lass bleiben. Aha. Oh, welch angenehme Überraschung. Okay, wo haben wir die... Schleuch ich mal vielleicht hier an. Da, bei Nacht sollte der Nütz nicht sein. Aha. Es ist doch fast Nacht. Kommen wir gleich nochmal wieder. Wir haben doch hier... Die Karte. Ja, das muss so ziemlich hier sein. Da muss in der Ruina... ...unten rein. Da muss unten eine Röde sein. Reveglio. Wer hier wohl gelebt hat? So ein traurig wirkender Ort. Hm. Hier ist nischt. Nee, hier kommt auch nicht voran. Nee, hier kommt auch nicht voran. Ja, hier gibt es sogar einen Questmarker inzwischen. Wie mir sagt, der mir eindeutigt, dass das hier richtig ist. Ja. 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 Ok, ich kann nicht. Ich weiß nicht mehr wie echt es sein. Ja. Ja. Hm. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Da habe ich plötzlich gerade keinen Bock drauf. Aha. Das scheint der richtige Ort zu sein. Generiertes Versteck. Gehe gefunden. Strecken. In einer Höhle. In einer Höhle, während die Höhle, die gehalten werden können. Ich habe einen Höhle und das meine Höhle ist jetzt nicht einfach so auf. Jetzt ist sie gelöst. Hier ist der Punkt safe. Ich werde nicht vergessen, du hast meine Fräule verletzt. Oh Kacke, ich bin fast tot. Oh Kacke, ich bin mausweichen. Oh Scheiße, ich bin so gut wie tot. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich habe jemanden trank bei sich. Ich bin so gut wie tot. Ich muss mal weg hier. Ach du Scheiße. Wo bin ich? Was geschieht? Ja toll. Ich höre, das ist ungut. Schatz anhand von Henry Tascard, das ist ja ein bisschen ungut. Das war's. Alter Schwede. Ja. Da besiege ich Wendurch. Und alle anderen und dann verkeckchen so eine Quest. Beeindruckend. Damit hätte ich rechnen müssen. Irgendwas wie dieser Statue war. Die sind schon ziemlich stark hier. Ich glaube auf einmal ist es ein bisschen heftig. Ich glaube wir müssen es zumindest mal versuchen. Ich muss gleich einfach mal unten. Den Henker sollten wir uns als erstes von ihm. Das ist nicht groß. Das ist nicht großartig. Was auch. Einer weniger Weitläuferung Instand gut, alles gut, aha Warum hat das jetzt noch mit einer Wehre geführt? Da ist noch jemand Das war noch ein Speer Komm, wir sind dann hier noch Ach, jetzt kommt er hier Nochmal Du hast ja gesagt, wir sind Das war aber wieder das Beste. In der Not. Ausgewöhnlich. Ach so. Ein Umhang. So. Das Rätsel hier. Lösen auf wie folgt. Okay. Zwei rechts, eine oben und eine links. Oh, das wird schwerer als gedacht. Eine oben. Die zwei müssen. So, jetzt brennen. Die zwei. Oben und links. Also der hier. Kann ich gezielt. Kann ich nicht. Oh mein Gott. Kann ich einzeln ausschalten. Das macht das Ganze komplizierter. So, du musst aus. Nein, nicht du. Verdammt. Inzendium. Man muss Inzendium nur so ein. Verdammt ungenauer Zauber sein. Du bleibst mit an. Und du gehst aus. Wisst ihr, was passiert? Ein Handschuh. Darum wohl die ganze Aufregung. Ein Handschuh. Ah, ja. Okay. Das ist noch ein langer Weg bis... ... bis zu Le' 34. Kann man da durchrollen? Wollen wir da durchrollen? Aha. Fliegen können wir ja nicht. Aha. Noch mehr Erschwinderinnen. Oh je. Ich habe nach wie vor. Keine Trinke. Das ist ein bisschen... dumm. Ich habe dich, wir müssen uns trinkt ein. Ach, nein. Ich mache das eine Errechnung. Ich habe dich, ich mache dich und erihat dich. Ich habe dich, du bist... Wenn du dich neu zu zeigen, wirst. Uh ha Das solltest du lassen Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit Uuh Kacke Äh ja Oh, Krekker. Ich kann diesen Haaren nicht gut zaubern. Jetzt müssen wir als erstes... Nächstes gibt's da vor allem das Funktar. Ich stelle mich doch inzwischen ganz gut an. Schade, dass das niemand gesehen hat. Dann haben wir es mal wieder geschafft. Aha. Jetzt ein Rätselchen. Das ist der besagte Raum aus dem... ...Sindale-Screens, den man ab und zu mal sieht. Musikalische Karte. Aha. Was ist das? Eine Schatzkarte? Musikalische Karte. Mhm. Ein nächster Pist. Aha. Ah. Das können wir gebrauchen. Oder die zweite... ...vergessen, das weiß ich nicht. Da drüben. Das ausschaut. Das ist das... Das... ...wird die Günger... ...die sie hängt ganz von mir. Die Gäste, die es kommt zurück. Da hat sie entlang damit... ...da... ...äh, dann wird das, was ich aber... ...das... Okay, hier haben wir noch Feuer. Ich komme hier hin. Du kommst zu. Hier hin. So wie jetzt brauchst du. Du musst schweben und du musst Feuer kriegen. Ah, toll. Okay, wo sind wir hier? Na toll. Okay. 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 können wir es nicht. Sehr schade. Die Feuer schauen auf der anderen Seite. Das hätte ja klappen können. Irgendwie sind die Niederlandstriche tot. Zauberstab. Verstehe ich nicht. Finden wir den Schatz anhand der musikalischen Karte. Machen wir hier heute eine Schatzsuche. Ach, das ist hier drüben. In einer anderen. In einer anderen Runde. Wir müssen, glaube ich, hier erstmal raus. Geht noch Geld rum. Ein Trank lassen mich auch nicht liegen. Vielleicht die nächste Hülle hinten dran. Vielleicht die nächste Hülle hinten dran. Geht noch Geld rum. Cheg noch Geld rum. Ich hab die Hülle hinten dran. Ich hab die Hülle. En schluss. Cheg noch Geld rum.